Das Bern-Wangdorf-Center ist heute Donnerstag grosse Broncos-Ausfahrt. Das hat Tradition immer, Auffahrt, Bronco-Ausfahrt. Die Karte ist auf der Beste, und die Karte ist am Ende. Die Karte ist auf der Beste, und ich komme aus dem Garten. Das war's für heute. Das ist die Angegenau, das ist die Angegenau. Das war's für heute. Es ist jetzt 13 Uhr, in Kürze startet hier die Bronco Ausfahrt, der Bauerhaus bleibt Die Motoren werden gestartet, das ist ein Spektakel. Ja, es ist aber eine halbe Stunde im Bezug gesteppt, dann kommen nur noch Motorräder raus. Wenn die Autos umzieht, können die Autos wohl her. Genau, genau. Ja, ja. Ja, das ist ein Spektakel. Ja, das ist gut. Oke, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, ja. Bade noch. Bade noch fahren. Und wir nehmen noch. Bade noch fahren.